jo leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von minicraft masterbilders ok komischere anmod haben wir noch nicht gemacht aber wir müssen eine schlange mal was machen wir jetzt untergrund gut und auch so ein bisschen ich dachte du meinst du machst du den untergrund ja klar war schon mal die schlange bohr geil sauber weg als ich finde ich aber keine ahnung wie wir eine schlange bauen sollen schlangen sind eindeutig aus brauner und orange und gelber holen was brauchst du schon wieder für eine doppelstöckige schildkröte eine schlange du baust eine schlange und ich baue eine schlange bei dir kommt sowieso eine schildkröte raus na bohr bürger die wird fett wie sonst was wie meine katze baller geiles schlange hat eine schlange zähne schon oder fette beißzähne und so rar die schaut richtig rar aus richtig kratzi wir haben noch drei minuten ja wie süß genial das schaut aus wie ein wurm ist auch ein wurm mit zähnen jetzt habe ich zähne in sinnmitteln gegeben und ja leute wir sind noch voll und top es ist ein nur in der nacht nach dem verkackten live stream gestern haben wir jetzt noch 20 stunden auf refer games gezockt und jetzt nehmen wir noch was auf genau weißt du was der grüne teppich da drin ist der gift gerät wo die ist echt hässlich deine oder meine deine hat gar keine augen leute die bäume die retten es klar ich baue wieder den coolsten baum der erde ja mein baum richtig cool richtig kratzi ja man voila hätte baum dein baum auch so cool wie meiner meiner ist cooler schau mal meinen an schau mal meinen an du hast ja gar keinen baum doch hinter dir jetzt muss ich ernsthaft ein bild einfügen von mir um zu beweisen dass ich nicht hässlich bin ja schade leute hier seht ihr ein professionelles gestaltetes bild wie ich aussehe auch fertig wir hatten dieses coole ding gebaut oder das ist nicht mal von uns ich wollte gerade sagen die bäume retten das aber das ist wirklich cool darum geht mir nicht schlecht nein das geht cool ich bin drauf gekommen mitten in der nacht kommen die lustigsten und behinderten videos dabei raus ich gebe okay das ist eine brillenschlange hauptsache du hast es nicht gecheckt als du das mit der brillenträgerin gesagt ist die eine kuh ist das so eine gestörte schlange aus dem korb die schaut aber wirklich gestört aus oh wow wir sind dritter drei leute sind dritter easy easy leute hauptsache erster zweiter dritter 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 sechster siebter ach muss man nicht verstehen richtig ehrenwert also ich würde sagen das war wieder mal eine super unterhaltsame doofe folge mitten in kraft master bilders wie es halt so eben rauskommt wenn es mitten in der nacht ist ja abonniert unseren kanal dann seid ihr die coolsten menschen auf diesem planet ciao ciao